Hallo, herzlich willkommen zu Unboxing Xtreme, wir haben wieder ein wundervolles Duell für euch und mein gegenüber ist mein korrekter Partner von Unboxing Xtreme, der wusste natürlich, dass ich immer Stein nehme, dummerweise habe ich nicht nachgedacht, ähm, genau, so. Alter, viel Spaß und so, ne? Oh man, jetzt du verlierst, Stack ist einfach overpowered. Okay, jetzt halt noch mehr Karten. Nee, mehr ging nicht. Ja, ich dachte mir schon. Einfach mal im ersten Zug das ganze Ding da unten voll. Ja, ich hatte keinen Platz mehr auf der Hand, ich musste loswerden, nein. So. Das sind bestimmt mindestens tausend Soul-Land-Dingsbums. Chill, Faktor, kurz, ich muss lesen, was sie das gesetzt haben. Haha, setz einfach, ich weiß nicht, was es ist, ob ich setz einfach ohne Scheiß. Alter, was hab ich denn gesetzt? Moment, Moment, Moment. Äh, du, 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 du. Fuck. ıl 빠� responsiviert. Ja, was erwartest du? Wenn ich da fünf Karten hab, dass ich da kein einziges Tag nenne. Natürlich. Dann halt den, Kann ja nicht wissen. Meine Fresse. Battle-Phase. Okay. Äh, du musst an der Karte von, beim� dort der Kaufen Friedhof tun ja so geliebten Sörend und du wirst gebannt war wieder gewohnt das ist ein bisschen hässlich also wie Glück wie viel Glück hast du eigentlich deine ganze Hand kannst du einfach mal aufs Feld legen Schildern die eben alle gar nichts das ist nur ein Spiel 3.000 was mich ein bisschen beunruhigt dass ich irgendwie keine Karten mehr auf der Hand hab dann oder ja wenn man ein Spielfeld zerlegt wird dann das nicht jetzt habe ich so eine Spielwarte gefunden für 350 Euro oder was ist da los hast du auch andere Karten hier ist eine Spielmatte für Nils zu viel zu viel Geld Sonnen-Drachen-Overlord von Heliopolis 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 oh Gott halt ja ne ihr macht Videos aber halt immer meine Wörter für mich das ist das Video noch ab 18 das wollen wir nicht Alter oh Scheiße Hässlich ist das eigentlich mal das geht verdammt schnell würde ich sagen das geht verdammt schnell würde ich sagen die sind schon wieder am verlieren die Fresse sahle ach nein verdammt 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 warte Alter ne das gibt es doch nicht das ist das ist glaube ich die beste Taktik gegen ein verdammtes hier Redding Deck du hast sie nicht ins Spielfluss kommen lassen einfach die ganze Zeit die Lerbe-Pupup ich habe noch keinen normalbeschwung gemacht ja 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 scheiße mal viel Lebenspunkt glaube ich nicht mehr Alter Alter verdammt verdammt shit 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 eigentlich hätte ich ja ach bin ich doof egal ok das Duell wird vielleicht doch noch spannender als ich dachte oh man oh man ok ich würde sagen komm et me froh so ja nein bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht was denn zahl die Hälfte deiner hässlichen Lebenspunkte die sind nicht hässlich die helfen mir zum überleben die sind extrem hässlich man gut gut dann bin ich fertig wenn das so ist oh ja ich habe gewonnen im letzten Zug nein ha 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 warte nein nix da weg damit und zwar verbannt die ist verbannt die ist so madig Alter Mann wir battle uns gnadenlos hier Leute das wird ein cooles Duell egal wer gewinnt ich habe drei Gravekeeper Asylum in meinem Friedhof gehabt Mann die Zelle habe ich die so schnell dahin gekriegt hey Luca jetzt willst du noch verlieren ach quatsch nein der hat 1000 Angriffspunkte nur oh Gott das hilft mir noch mal über eine Runde jetzt liegt alles an der letzten es liegt alles an der letzten Karte ok oh nein was hast du wieder hässliches gesetzt dann weiß es nicht hast du angegriffen? du hast Luca akklau weil das Herz der Karten Herz der Karten ach ja du hast schon gezogen Herz der Karten das ist jetzt die alles entscheidende Karte Herz der Karten jetzt hat doch mal die Fresse mit deinem Schwuss Schwulen Herz der Karten das ist du hast Jugi beleidigt magische Zylinder es ist bestimmt ein entweder das ist ein magischer Zylinder oder ein Mirror Force choose ja das Problem ist magische Zylinder würde dich töten ja klar ich weiß schon aber da kann ich jetzt nichts groß machen aber ich guck mal was wenn ich die Runde Bände oh nee warte die Karte setzt sich noch das verstehst du ja warte stopp 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 bei mir lecks gerade extrem warte kurz ich muss gucken ob ich irgendwas mach so warte warum leckt es denn so eh alter nee ist fertig geleckt? nee es hat immer noch nicht fertig geleckt hat es fertig geleckt hat es fertig geleckt hey 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 du kannst du kassierst du kannst du kassierst alter haltet mal eure Fresse ich kann es nicht auf den Friedhof legen weil es so lang braucht bis ich das Bedienfeld aufklappt drüber so hey was ist denn los bei mir laufend mit einem Mann zu aufrüsten deine Bambusleitung um auf geht's ja ich kann nicht weil es so langsam braucht das ist ein deutscher Satz gewesen ich sehe nicht mehr verdammten warum ist der zerstört ja weil Torrential Tribute alle Monster zerstört ah ok 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 MST scheiße alter welche Karte nimmst du noch du Arsch ach das war die Falsche oh das war dein Herz der Karten Luca ja das war ohne scheiß mein Herz der Karten das hätte wirklich den Arsch gerettet ja wenn jetzt wenn der jetzt kein Monster auf der Hand hat dann habe ich immer noch ja leider habe ich kein Monster auf der Hand Arsch ja hast du Glück alter ein Fall das lustig ist ja ja oh mein Gott oh mein Gott oh mein oh mein Gott oh mein ach Leute Battleface 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 und 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 ja ich hab noch gemacht oh mein Gott alter am Ende war das richtig brutal man jeder Zug war ein K.O. Zug man